Iris Klein, 55, hat offenbar keine Lust mehr, Trübsal zu blasen. Die vergangenen Wochen waren für die einstige Kampf der Realitistars-Kandidatin ziemlich schwer gewesen. Der Grund, sie hatte vermutet, dass ihr Ehemann Peter Klein, 55, eine Affäre mit Yvonne Boelke, 41, hat und sie sollte Recht behalten. Vor einigen Tagen bestätigte der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer, tatsächlich Gefühle für die einstige Miss Germany entwickelt zu haben. Für Iris ist das eine tränenreiche Zeit, doch damit soll nun Schluss sein. In ihrer Instagram-Story meldet sich Iris am Samstag bei ihren Followern und spricht offen über die Kritik gegen sie. Immerhin können viele User nicht verstehen, warum die 55-Jährige die Updates aus ihrem Liebesleben immer. Untertitelung des ZDF, 2020